Viele Paare wünschen sich eine offene Beziehung, ohne Klischees, ohne dieses verstaubte Image von Monogamie. Doch was erleben Paare, die eine offene Beziehung tatsächlich führen? Darüber reden wir in diesem Video. Einige Paare denken darüber nach, andere bereiten sich darauf vor und einige leben es bereits. Eine offene Beziehung. Was sich auf den ersten Blick gut anhört, entpuppt sich oft als keine so gute Idee. Und jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist das so? Aber wenn man hinter die Kulissen einer offenen Beziehung schaut, sieht es eben oft so aus. Entweder ein Mann oder die Frau kam auf die Idee, eine offene Beziehung zu führen. Und interessanterweise sind es nicht nur die Männer, die sich eine offene Beziehung wünschen. Das Verhältnis ist recht ausgeglichen, denn auch viele Frauen wünschen sich eine offene Beziehung. Dann wurde diese Idee umgesetzt und jetzt geht es dem Paar in der Beziehung schlechter als vorher. Plötzlich ist Eifersucht da, die vorher nicht da war. Oder es wird mehr gestritten. Der Mann oder die Frau distanzieren sich, ziehen sich emotional zurück. Auf einmal sind praktisch wie mehr Probleme da als vorher und das Paar kann sich das irgendwie gar nicht erklären. Sie haben doch klare Abmachungen getroffen, wie sie die Beziehung führen wollen, wie sie sich verhalten oder eben nicht verhalten, wie sie miteinander umgehen. Das alles wurde in vielen, vielen Gesprächen besprochen und hat teilweise über Wochen gedauert. Der Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis bei offenen Beziehungen ist eben in der Praxis viel größer als in der Theorie. Was sich in Gesprächen gut angefühlt hat, ist plötzlich, wie soll ich sagen, kaum auszuhalten. Ist emotional belastend oder sehr verletzend. Die meisten Paare nehmen sich zwar vor, Sexualität und Emotionen zu trennen, was sich dann aber als eine der größten Herausforderungen darstellt, weil es eben nicht so einfach ist, diese zwei Dinge voneinander zu trennen. Alleine zum Beispiel die Frage oder die Vorstellung, mein Mann oder meine Frau wird von jemand anderem geliebt oder begehrt, löst oft so einen Unbehalten aus. Oder plötzlich, also als Beispiel, sitzt der eine zu Hause, versorgt die Kinder, macht den Haushalt und weiß, der andere erlebt gerade etwas ganz anderes, liegt eventuell in den Armen von jemand oder sogar im Bett mit jemand anderem. Und das kann schon ein Gedankenkarussell in Gang bringen, der nicht so einfach anzuhalten ist. Und das sind nur zwei Beispiele, was alles eine offene Beziehung auslösen kann. Und natürlich gibt es offene Beziehungen, die gut funktionieren. Die Voraussetzung aber für eine gut funktionierende offene Beziehung ist eine stabile Beziehung, die gepflegt wird. Eine Beziehung, die in der gut kommuniziert wird, in der Mann und Frau sich geliebt fühlen, in der man sich angenommen fühlt, in der man sich wertgeschätzt fühlt, dann, wenn das alles vorhanden ist, kann eine offene Beziehung sehr gut gelingen. Doch leider erlebe ich zu oft, dass die Idee, eine offene Beziehung aus einem Mangel heraus beschlossen wird. Das heißt, die Beziehung fühlt sich nicht gut an, die Verbindung zwischen Mann und Frau ist nicht mehr so spürbar wie am Anfang, die Gespräche sind nicht mehr so tief, der Sex ist vielleicht ein wenig eingeschlafen oder kaum vorhanden, es gibt zu wenig Zuwendung, zu wenig Zuneigung, zu wenig Wertschätzung. Und offene Beziehung scheint da plötzlich die optimale Lösung zu sein, sozusagen wieder frischen Wind in die Beziehung zu bringen und das alles, was nicht funktioniert, wieder zu reparieren. Ja, und oft passiert eben genau das Gegenteil. Alles, was vorher nicht gut war, wird durch eine offene Beziehung sozusagen so an die Oberfläche gebracht. Man könnte sogar sagen, intuitiv hat das Paar oder der Mann oder die Frau, die auf die Idee kam, gespürt, etwas ist nicht okay in unserer Beziehung. Es aber dann durch eine offene Beziehung lösen zu wollen, ist aus meiner Erfahrung eben nicht der richtige Weg. Wenn Sie mit den Gedanken spielen, eine offene Beziehung zu führen, dann sollten Sie sich unbedingt zwei Fragen stellen oder sich auf jeden Fall mit diesen zwei Fragen beschäftigen. Und zwar die erste Frage ist, wofür brauchen wir eine offene Beziehung? Was ist die Hoffnung oder was ist die Sehnsucht dahinter? Ist es mehr oder besserer Sex? Ist es sich wieder mehr spüren wollen? Ist es mehr Wertschätzung zu bekommen? Mehr Zuneigung? Was ist es genau? Und die zweite Frage ist, welche Auswirkung soll die offene Beziehung haben? Das heißt, was genau soll dadurch besser oder anders werden, als es im Moment ist? Wenn Sie diese zwei Fragen ehrlich beantworten und die offene Beziehung immer noch die richtige Lösung ist, dann hat sie auch gute Chancen, eine gute Beziehung zu werden. Denn glückliche Beziehungen sind eben keine Glückssache. Glückliche Beziehungen werden gemacht von Ihnen. Aber bitte, bitte,